Es ist wieder Zeit sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit sich den Schaden zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal heute im Let's Play. Ihr seht es, ich bin immer noch oder wieder auf New Detroit. Es regnet und wir haben gerade einen Auftrag von Taylor bekommen, weil Sandoval ist anscheinend gestorben. Ich werde hier von der Polizei gesucht, weil die mich befragen wollen und Taylor hat vier Aufträge für mich, die ich erledigen soll, damit sie mir etwas über das Alien-Artefakt erzählt, das Sandoval mir gegeben hat als Pfand. Genau, von Sandovales Gate habe ich nichts gesehen und jetzt muss ich für sie Sachen fliegen. Jo, wir gehen rein und fliegen einfach mal. Wir müssen wieder nach Newcastle, aber auf eine Piratenbasis. Ich weiß gar nicht wie viel Raketen ich abgeschossen habe, eigentlich nicht einer, würde ich sagen. Das habe ich mir, glaube ich, verkniffen, weil ich einfach nicht in der Lage dazu war. Doch, einer. Einer habe ich immerhin abgefeuert. Da bin ich vielleicht aus Versehen raufgekommen. Commodity Exchange. Wir wollen auf eine Piratenbasis. Wir können hier gerade nicht gucken, was wir geladen haben. Wir haben zehn Mission Cargo, okay. Das heißt, wir haben ein bisschen was. Was könnte man auf der Piratenbasis benötigen? Weapons? Das wäre doch nicht schlecht, oder? Piraten mit Weapons versorgen? Machen wir. Das Contraband. Ich bin gespannt, ob sie mir gleich den Popo versohlen werden, denn wir haben ja viel Polizei unterwegs sind. So, wir gehen auf Kurs nach New Konstantinopel. Wir beschleunigen und drücken A und sind so schnell wie möglich unterwegs. Dass wir von niemandem jemals irgendwas gefragt werden. Ja, Newcastle ist Jump Point 7. Muss man natürlich auch richtig lesen. Okay. Ich habe Waffen an Bord, aber es scheint kein Contraband zu sein. Das ist gut. Wir springen weiter nach Newcastle. Und jetzt bin ich gespannt. Da kann man. Bin ich falsch geflogen? Wie komme ich denn hier weiter? Wie komme ich denn hier weiter? Quadranten. Wie ging denn das? Da, mit Kuh kriege ich das. Ah, okay. Junction. Ich hätte nach Junction wieder gemusst. Bin jetzt in Newcastle. Ich muss zurück nach New Konstantinopel. Ich springe direkt zurück. Ich muss mich mit jemandem anlegen. Junction. Da ist Junction. Okay. Pure ist nur noch halb voll. So viele Jumps kann ich nicht machen. Ich hoffe, ich schaffe das. Jetzt muss man nämlich mal darauf achten. Okay. Kastor, Nexus, Pender Star System. Welches ist das richtige? N9C. Das heißt, ich muss hier in Junction nochmal anlegen. Pleasure Planet oder Burton. Was liegt denn auf dem Weg? All so komische Namen. War das das? 119C. Okay. 119C. Da müssen wir hin. Das ist ein Pleasure Planet. Da gehen wir doch einfach mal zum Pleasure Planet hin. Ich habe noch nichts aktiviert. Ich bin wieder durch den durchgerauscht. Perfekt. Nee. Ich glaube, ich werde besser mit dem Fliegen. Ich glaube, ich werde besser mit dem Fliegen. Ich werde besser mit dem Fliegen stattfinden. Okay. Einen haben wir noch. Das war's für heute. Ein Pleasure Planet. Wir landen kurz zwischen und dann fliegen wir weiter in der Hoffnung, dass wir unseren Fuel aufladen. Wir speichern mal. Dann haben wir hier den Commodity Exchange, Sell für 300, aber ich glaube auf der Piratenbasis kriege ich da noch ein bisschen Bär. Haben wir irgendwas anderes zu kaufen? Games, ja komm. Wir kaufen noch ein bisschen was. Ähm, Club gibt's nicht. Wir gehen auf Landing Pad und dann geht weiter. So, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob unser Fuel aufgeprischt wurde, aber sollte. Ja, ist es. So, das machen wir. Das aktivieren wir. Wir aktivieren unsere Waffen und wir fliegen. Und wir jumpen. Gut. Das war der erste Sprung. Ach, in die Piratenbasis. Das war der erste Sprung. Das war der erste Sprung. Das sind die Rakete. Mit den Raketen kriege ich jetzt erstmal. Was? This crate is about to explode! But he will also be rammed, huh? I'm so tired of him. Was? Hat irgendjemand von euch mal mit nem Turret gekämpft? Mit so nem Aufsatzturm hinten dran? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie das gehen soll. Da muss man bestimmt ordentlich üben. Wunderbar. Nur einen weggerammt? Das ist mal was Neues. Du bist fertig, Flyboy! Oh ja. Offensichtlich. Das sieht übel aus hier. Wie weit sind wir von unserer Destination entfernt? Zwölf. Okay. Wir sind auch ziemlich schnell. Fuck it. Das ist echt übel hier. Ja, werde ich machen. Komm schon. Ey, das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Ich hoffe, die haben einen Chip-Dealer. Ne, hier ist alles zu. Oh Gott. Wie soll ich denn da rauskommen? Name 250. Okay. Äh, ich soll sie in der Bar treffen. Erstmal Commodity Exchange. Sell. Ja, okay. Das hat sich gelohnt. Games haben sich nicht gelohnt. Egal. Und wir gehen in die Bar. Und da ist... Tyler. Okay, sweetheart. What's my next assignment? Uh uh. You're a bad pony. I can't afford to bet on you anymore. You screwed up the last mission. I'm cutting my losses. You'll have to take your chances with Incis. I'm out of here. But I need information on that artifact, Taylor. You should have thought of that before you choked up. Later. Was hab ich denn gemacht? Ich hab doch gar niemanden angegriffen. Die schlagen sich da hinten. Okay, ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ähm. Taylor ist irgendwie sauer auf mich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas hat ihr missfallen. Deswegen hab ich jetzt nicht abgespeichert, weil ich keine Ahnung hab, was hier grad los ist. Ähm. Die hat gesagt, ich hab irgendwas... Irgendwas hab ich nicht richtig gemacht. Und das irritiert mich grad. Was mit meiner Mission? No Mission. Ich bin zwischengelandet. War das der Fehler? War das der Fehler? Das wär natürlich blöd. So, ich hatte nochmal neu geladen und bin nochmal hier angeflogen. Und das Problem, das ich hatte, war ganz eindeutig, ähm, dass ich zwischengelandet bin auf Pleasure, auf diesem Pleasure-Planeten. Und das war nicht erwünscht. Und dadurch hab ich die Mission verloren. Und deswegen hatten mich die Leute angegriffen. So, wir können jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Und müssen jetzt ein bisschen ausweichen. Ich hab ihre Geschwindigkeit arg reduziert. Weil, äh, mit 500 durch so ein Asteroidenfeld ballern ist halt auch ein bisschen übertrieben schnell. Abgesehen davon, wenn man dann noch von Piraten angegriffen wird, ist das natürlich noch was ganz anderes. Äh, das Problem ist natürlich, dass man Asteroiden jetzt auch nur sehr schwer sieht, kommen sieht. Wenn die halt alle durch die Station durchkommen. Deswegen. So, jetzt gehen wir nochmal an Commodity Exchange. Ich hab nochmal was anderes hier gekauft. Software. Ach ja, das ist doch ein guter Preis. Das hat mich gelohnt. Software kann man da hin verkaufen. Plaything. TM. Plaything TM. Tabakko. Ultimate. Keine Ahnung. Waffen gab's diesmal nicht. Deswegen hab ich die nicht mitgebracht. Brilliance. Hört sich nach Drogen an. Okay, wir gehen in die Bar und lauschen mal, was Taylor uns zu berichten hat. Was hat dich so lange? Ein schwerer Tag in der Office? Business bevor Band oder Taylor. Das Geld. Riech. Die erste Installation ist hier. Das ist besser. Jetzt, erzähl mir über das Artifakt. Warum würde Sandoval es einfach überhören, wenn es so wert ist? Vielleicht hat er eine sore Hände, von seinen Becken immer wieder zu sehen. Wie fühlst du dein Becken? Wie fühlst du dich noch? Noch nicht? Aber ich will nicht, dass du hinter mir zu lassen, Taylor. falsch, Ace. Ich habe nie jemanden für profitiert. Jetzt, dein nächster Job ist, um eine Menge Brilliance zu Hektar Mining Base in Troy. Der Job betrifft 15.000 Kredit. Too viel für eine so einfache Arbeit, wenn du mich fragst. So, als nächstes muss ich... Ich muss nach Troy Brilliance da hinbringen, es scheint sich um Drogen zu handeln. Und ja, wir müssen nach Hector. Hector ist eine, äh, eine Dingsbasis, eine Mining Base. Und Ultimate klingt natürlich auch gut. Da können wir unser ganzes Geld reinstecken und Ultimate dort verkaufen. Tabak Placing Quantity. 52 Placing ist natürlich ein bisschen sinnvoller. Äh, ich speichere erstmal ab, bevor ich hier irgendwas Übles auflade. So, da speichern wir drunter. Wir kaufen ein... Software hatte ich hergebracht. Brilliance nehme ich sowieso mit. Komm, wir nehmen Ultimate. Das hört sich nach Drogen an. Wie viel haben wir denn noch Platz? Tabak ist nicht ganz so Contraband-mäßig. Naja, nehmen wir noch Placing mit. Gucken wir einfach mal. Okay. Äh, die anderen Missionen nehme ich jetzt gar nicht an. Hier habe ich auch gar keinen... Ship-Dealer. Ich bin ja problemlos durchgekommen. Äh, wir starten. Wir setzen erstmal den Kurs. Auf dieses System. Und versuchen jetzt erstmal hier rauszukommen. Uh. Das war knapp. Kann man natürlich ein bisschen hier auf Risiko gehen. Und ab und zu mal den Nachbarn anmachen. Aber ihr seht schon, plötzlich... Die tauchen aus dem Nichts auf. Asterinfelder sind echt der Horror. Jetzt haben wir gekleert, okay. Dann geht's los. Wir haben unheimlich viel Contraband. Mal sehen, mit wem wir uns das alles verscherzen. Hihi, Captain. Catch me. If you can. Na gut. Na gut. Junction. Junction. Ist das nächste, was wir brauchen. Und wenn wir Junction waren, dann kommen wir doch bestimmt nach Troy. Bohe, du flowst. Bohe. Na gut. wipesapack. Und jetzt geht's los. Oh, du cool! Oh, du cool. Ich, du cool. Es geht's getrainer. Oh, du cool. Busquere. Entfernen. Das war's für heute. Das ist doch auch nichts mehr dran von mir. Das Schild hat noch ein bisschen gehalten, gut. Meine Güte. So, wieder ohne Zwischenstopp. Okay, das zweiten Auftrag erledigen. Panda Star System war, glaube ich, der nächste Halt. Soweit ich mich erinnern kann. Genau, Panda Star System. Dann war auch wieder durchgerauscht. Ein bisschen. Okay. 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 So, we'll be right back. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut Ich habe noch gar keine volle Geschwindigkeit Ich habe noch Troy Ich habe noch keine volle Geschwindigkeit Dann jagen wir dem noch eine Rakete hin rein In der Hoffnung, dass er sitzt Sieht schon wieder so weiß aus nach Retros Ich verlande mich alle gerade Ich kriege richtig was ab, ja Keine Retro Okay, den nehmen wir dann so mit Ich muss mich noch ein bisschen leiser machen Okay, das ist tödlich Okay, das war der erste Da habe ich auch nicht viel vorbeigetan Ich habe noch ein paar Kudos Ich habe noch ein paar Kudos Ich habe noch ein paar Kudos Ich tue gar nichts. Okay, wir verlangsamen unsere Geschwindigkeit. Wir gucken mal, wie weit unsere Destiny noch weg ist. Gut. Und springen. Oder fliegen. Okay. Ich dachte, mich greifen keine Leute an. Wir haben ein Mission-Kabel drin. Okay. Aristotelina. Wollen wir mal ein bisschen hier her... Soll es jetzt aber gewesen sein... Wie viel frisst der denn? Und wieder noch was reingehauen... Ach verdammt... So, ich hab mal eine Rakete rein... So... Oh, jetzt muss ich noch was muskieren... Jetzt aber... Gut, ich werde besser mit dem Joystick... Ich werde besser... Jump to Troy... ins alte System... Wo wir unser Raumschiff abgeholt hatten... unser erster... Und... Onkel Mack... Äh... nicht... Onkel Mack... So... Hector ist die... Richtige, ne? Ja... Hector ist unser Ziel... Contraband detected... All units close and terminate... So... ... 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 ab und bei diesmal gehen wir doch zum chip dealer reparieren ein bisschen das können wir uns auch leisten 300 kann man uns das auch leisten wo ist der exe das exit wir brauchen raketen hier haben wir nämlich ordentlich verfolgt ja 17 stück insgesamt wir gucken noch mal ob man auch irgendwas sinnvolles einkaufen kann aber ich glaube nicht wirklich 36.000 nur noch habe ich den uran eingekauft gespeichert habe ich ja es ist es ist zeit schluss zu machen wir haben den auftrag für täler erledigt müssen jetzt wieder zurück im nächsten let's play und genau dabei belassen wir es macht gut bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play wing commander private hier dann auf dem weg zurück zu täler und die nächsten zwei aufträge machen genau bis dann macht gut ciao